Ja, genau das. Warte mal, was ist das? Ach, die Map ist das! Ah! Die war nicht Eskalation, oder was? Nee, also Eskalationsrunden sind eigentlich bei uns nur die Subway, Alter. Die im Zug, Alter. Wenn dann immer alle sagen, jo, lass mal in den Zug, Alter, reingehen. Dann warten wir jetzt mal, was passiert jetzt auf der Map, ne? Jo, Chris, wo bist du? Du musst ja nicht komplett eskalieren. Warte, Flo, ich komm zu dir. Jo, wo bist du? Ich bin am Wasserfall. Du bist am Wasserfall, Alter, ich komm. Warum kloppt René mit der Cover auf Anthony ein, Alter? Weiß nicht. The fuck, Alter? Ja, ich muss doch mal hoch. Jo. Guck mal, der Erich, der steht da drin, Alter. Der Erich, der ist schon wieder, ne? Hat keiner gesehen, René? Suspect. Er trinkt nicht, Mann. Drone is down, damit ich euch alle wegklicken kann. Der ist ein Suspect hier, der Erich, Mann. Na, Erich? Ah. Oha. Ähm. Na. Erzähle. Aha. Oh, Chris. Ich war in der Kiste. Nein. Kann mal einer hier E drücken bei der Tür von den Trailer? Soll ich die? Soll ich da reingesaugt? Ja, warte. Jo. Komm mal rein, das Ding. Oh. Wenn da jetzt einer E drückt, ne? Dann ist Anthony weg. Ja. Der wird halt komplett reingesaugt. Komm. Ab Eier. Schwester. Oh, da hat einer aufgemacht. Ja. Erzähle. Da hat einer aufgemacht. Ich war mir sicher, du warst das, Alter. Du warst der Einzige, der hier war. Hä? Hä? Ja, jetzt mal ohne Job, so. Geh weg, Erich. Haha. Ich war mir sicher, dass es Tillis, oder? Es ist Chris. Ich weiß nicht. Schieß mal mit dem Revolver. Schieß mal mit dem Revolver. Welchem Revolver? Schieß mal mit dem Revolver. Den du in der Hand hast. Du Scheiße, Alter. Ey, Chris war es, Alter. Ich wusste es direkt, Alter. Du Dreck-Sau, ey. Welcher Revolver, sagt der auch noch? Ah! Hä? Was war es denn mit den anderen passiert? Ich hab halt keine Diegel. Hä? Chris, ich bin perfekt in der Kiste zusammengesackt. Ich hab einen Jump geflogen. Warte mal, was ist denn mit den anderen passiert? Sind die alle abgereckt direkt? Ja, ich bin in den Raum reingeflogen. Ja, und Chris hat mich ja in die Kiste gepackt, so. Ja, und war das mit Dings passiert? Hier mit René? Ich hab keinen Jump geflogen. Nein, nein. Ja, sorry, Cilla, aber du stehst daneben, da geht die Tür auf. Da muss ich doch denken, dass du da bist. Alles gut, ich bin gerade runtergekommen, Alter. Ja, 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 Cilla. Dein Roadplay, ne? Dein Roadplay ist immer so 0813. War das nicht? Nein, nein. Ich hab ne Rifle. Jetzt kriegt ihr jetzt mal die übelsten No-Score-Kids. Das ist neuer 0815. Ja, ich bin Hipser. Ich hab keinen Bock auf Shop. Alter, hast du jetzt echt nen Spray benutzt? Oh, ja. Oh, geil. Aber warte, ich hab auch nen geile Spray. Du bist so ein richtiger Weep, oder? Ich hab auch geile Spray. Warte mal. Du willst nicht wissen, was für Sprays hier teilweise sind. Ja, ich möchte nicht wissen, was der Pech für Sprays benutzt. Ja, ja, ja. Genau, der Pech ist einer von den Kandidaten. Also der gute Österreicher war schon am Start. Deswegen bitte, wenn ihr irgendein ekeliges Spray habt, ne? Der Österreicher war schon am Start. Der Österreicher war ganz oft am Start an Lampen und so. Wie war denn das Spray hier auf dem Server? Ja. Ja, ja. Lassen gegangen. Alter, Panda, wo bist du? Ich will das Spray sehen. Nein, geh weg. Au. Oh, da ist jemand, äh. Da ist jemand, glaub ich, gerade verreckt. Nein, ich hab mir nur die Beine gebrochen. Wo bist du denn? Aua! Hast du mich gerade geschubst, Alter? Nee, ich nicht. Du Arschloch drinne? Weiß ich nicht. Du Arschloch, Alter. Du hast mich gerade geschubst. Safe call. Welcher Arschloch? Der, der... Ich bin mehrere Arsch... Welcher? Ich sehe keins bei dir. Das ist aber auch so ein Atemkreuz oder sowas hinhauen. Ja, ich weiß, das hatte ich früher ins Haus immer drinne. Alles klar, Zähle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer ist da drinne? Chris, was... Hier geht's ab? Chris... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chris, ich glaub René ist es. Echt jetzt? Chris schon wieder? Chris. Oh mein Gott, Chris. Oh mein Gott. Vor allem das geile ist... Ey, sie sieht dich. Sie hat ein riesiges Tee durch die Wand, Alter und schießt trotzdem auf dich. Nein, nein. Ich hab nicht gehoben. Warte. Ich hab nicht einmal angeschossen. Und Zähle hat... Vorne auf die Kante. 80 Hitte in mich reingehalten mit dem fucking MG. Nein, 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 nein. Der hat nur mich getroffen. Nicht Erich. Ich hab keine Tee mehr gesehen. Das hab ich für mich nicht gesehen. Hä? Jetzt die Zähle. Du siehst durch die Wände dieses riesige Tee-Symbol. Und der... Vor allem, du wusstest doch, dass René oben ist. Dann geht der in das Haus rein. Nein, du kommst zurück. Ja, aber ich hab nicht dran gedacht, dass ich auf der Seite auch rein kann. Ja, ja, Zähle. Du bist einfach nur Holz, Alter. Du bist einfach nur Holz. Merk ich mir, Zähle. Merk ich mir. Ich hab lange nicht mehr gespielt, das ist halt... Ja, ja, genau. Das ist natürlich das Problem, Zähle. Nächstes Mal aufwärts. So, geh ich mir mal die Waffe... Aber ich muss erst mal einen Warp abspülen, Gary's Mod. Ich glaub bei Zähle hilft auch... Hast du was im Mund Zähle, Alter? Hast du was im Mund oder was? Äh... Cola Flasche. Cola Flasche, Alter. Hört sich eher nach was anderem an. Äh... Schön dick... Schön dick am Saugen. Alter, wer rennt mir eigentlich schon wieder hinterher hier? Zähle, mach dich weg, Alter. Ich will nix von dir im Mund nehmen. Ich mag keine Spray. Weg, ey. Äh... Wer ist der denn hier? Ach, guck mal, der Riopwander. Ah, dem trau ich. Der ist immer lieb. Bia traust du? Der Floriori ist immer lieb. Ja, alles klar, ne? Die Leute, die hier oben sind, ey. Ähm... Ähm... Was ist M? Was steckt ihr denn? Erich wurde angeschossen. Irgendjemand wurde gerade angeschossen. Wer ist denn das hier? Mute. Erich! Der Erich ist bei mir, Alter. Der ekelhafte. Der ekelhafte Drecksack. Wartest du dann jetzt gerade? Hallo? Leben noch alle oder nicht? Oh mein Gott, Alter. Ich hab gedacht, ich... Ja, Anthony und René... Anthony! Ja, der lebt noch. Äh... Ich war so abseits. Dem Chris kannst du auch nicht trauen, Alter. Der ist ne Drecksau. Oh mein Gott. Oh, Riopwander. Das war close, Alter. Das ist auch der Richtige hier. Das hat... Warte mal, ich hab nichts gemacht. Ich lass dich immer am Leben. Ja, ja, ja. Doch nicht. Vielleicht hab ich den Messer im Rücken stecken. Hä? Nein. Ist der Chris, ne? Wie der Chris immer nur denkt, ich will ihn umbringen, Alter. Das ist so egalet. Ey! Ey, René! Was macht ihr denn da wieder? Die sucht schon wieder Nähe. Nein. Doch. Ja, kein Wunder. Wenn man so dünn ist, dann muss man auch Nähe suchen, damit man nicht erfriert. Hallo? Alles klar. Aua. Ist jemand weggerippt? Abgerippt. Ey, ich hab 50 Leben verloren. Äh... Ryo? Der Erich der Trottel wieder runtergefahren. Geil, ey. Ja? Äh... Oh! Na? Was ist denn da? Alter, was ist da so pink, Mann? Das war jetzt mein Liebesraum. Äh... Liebesraum? Warte, warte, warte. Ja, Mann. Ren. Anton! Ähm... Was macht ihr denn hier, Alter? Oh mein Gott, hast du grad Messer gehabt? Richtig, Alter. Oh mein Gott, der Trader auch wurde geöffnet. Wer ist gerade gestorben? Was wurde geöffnet? Da hat jemand mich versucht zu töten im Trader-Raum. Ja, Alter. Wenn ich sterbe, war ich Panter. Anton! Der Pädobär, Alter. Peric is it. Der hat Anton getötet. Der war zuletzt bei Anton. Hä? Bin ich bei Anton? Ohne Witz? Anton! Ach Anton ist tot? Ey, ohne Scheiß, ich hab den nicht getötet. Ohne Scheiß, ich hab den nicht getötet. Ohne Scheiß, ich hab den nicht getötet. Wo ist Peric, Junge? Ich knall den auf. Mann, ich find's nicht. Hinter dir. Erich? Erich! Erich! Der hat ein Messer! Der hat ein Messer! Ah, alles rot! Alles rot! Alles rot! Ihr Dreckschweine! Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Ehrenlos! Antoni hat... Ja, warte mal, Alter. Irgendwann muss ja mal was passieren. Der Erich hat sich ja schon wieder die Breine gebrochen, Alter. Der... Ich hab den versuchts zum Nicen. Jo, Chris, damit ich auch verstehe, aber nett. Ich hab so... Ja, nice! Du kam raus, du lebst immer noch, ne. Ihr habt ja Open Field einfach wieder rumgeeiert wie die letzten Hayopies, ey. Also, ich war mit Panda in seinem Porno-Killer. Jo. Vor allem, das ist nur lustig, weißt du? Vor Panda hast du nie Angst, oder? Du gehst einfach mit dem irgendwo in irgendwelche dunklen Gassen rein, ne? Ja. Aber wenn ich dir auch nur ansatzweise in die Nähe komme, ne, dann schreist du rum wie ein kleines Ach-Ding-Gesmalchen. Warte mal, ich bin ja auch auf dem Dreck-Sauwitz. Ich bin ja auch eigentlich lieb. Nee. Du bist nicht lieb, Alter. Ich hab meine Meinung geändert. Bist jetzt nicht mehr lieb. Bist jetzt nicht mehr Flori-Ori, du bist jetzt Flori-Böse. Ich hab den Küsst. Ich werd gern musikalisch untermalen. Achso, Ori heißt gut, oder was? Ja. Warte mal, ist Ori und The Blind Forest nicht gut gespielt? Ja, doch. Ja, du sagst. Ich dachte erst, wenn einer weggespringt würde. Achso. Ich dachte, du hast diese traurige... Ich hab schon ewig den Ocean Man auch nicht mehr gehört, Alter. Das ist auch so, irgendwie richtig sad. Ja, viel. Hab ich aber letztes angemacht. Ich hab übrigens auch noch was... Der Chris, Alter. Guck mal, der Chris, der hat mich schon wieder... Ich hab auch noch was Neues auf dem Soundboard, ne? Ja, da brauchen wir aber ne Super-Discount für. Da brauchen wir ne Super-Discount für, ja. Weg mal los, Traitor, bitte. Mach mal, wir gucken auch nicht hin. René, mach mal. Mach mal. Mach mal. Wir wollen ne Super-Discount. Wir wollen ne Super-Discount. Glaub keine. Anthony? Anthony, mach mal. Los. Achso, normale. Was macht ihr denn da unten, Alter? Wie die Lemminge. Alle auf einem Haufen. Hier ist ne Brandgranate. Oh Gott, ich bin tot. Hau rein. Ähm... Der Rick. Ich weiß nicht, wo er gestrungen ist. Aber Traitor. Hohohoho. Feels fucking Batman. Jo, Chris, willst du jetzt mal in die Kiste, oder? Geil. Will ich in die Kiste? War dir denn gemütlich? Ne, eigentlich nicht. Aber... Echt jetzt? Ja. War ein bisschen kalt. Mach du die Heizung an. Ist ja mal in die Kiste, Chris. Alter. Anthony? Ja, ich bin auf der Kiste. Hallo, Flo. Ich... Ich glaub, es ist... Äh... René, es ist! René, es ist! Ja, gut, ey. Also, die Map ist... Die ist so... Die steht so offen, Alter. Da kann man nicht Sneaky irgendjemandem abstechen, ey. Vor allem, weil die immer wie so... Die Lemminge... Äh... Aufeinander hocken, ey. Das ist irgendwie sad. Oh, Anthony, was hast du da gefunden? Das ist... What? War ein bisschen unlucky. Ich bin halt runtergesprungen. Ja, du bist muted. Deswegen kannst du jetzt nicht reden, Anthony. Alter, dieser Anthony, ne? Der Anthony mutete sich immer wieder, ey. Die darf sich nicht muten! Bitte! Mewtony! Vor allem... Vor allem, der Anthony... Der... Nein, nichts unbenennen. Nicht auf dem Server unbenennen. Das ist nicht unbenennen. Nicht unbenennen, genau. Ne, bitte nicht unbenennen. Das ist echt Aids. Dann werdet ihr wieder gebannt, auch vom Server. Der kann sich ja vom Server erlieben. He. Der Mewtony, Alter. Wirklich. Oh, das kann der Raum, wo ich grad drin war. Ich hier auch, ey. Nichts, es ist einfach nur ein Secret. Komm. Was kann der Raum? Deine Lustgritte, oder wie? Jo. Der Pornokeller da unten! Ne, mein Pornokeller... Ne, mein Pornokeller ist ja nicht. Mach mal Platz! Ja, warte ewig. Du musst ja aufmachen, Chris. Ey! Der Ryupan ist hinter uns, ne? Mach mal da unten Feuer, damit hier keiner hinkommt. Ich meine Riffriff. Der steht schon wieder. Mach Platz! Warte! Wo bist du? Welche da? Aua! Aua! Ich hab doch gesagt, ich mach ein Feuer dahinten. Alter! Ich bin doch in der Tür. Na, Chris? Ewig tot? Oh, er ist tot. Oh, wie viele sterben eigentlich da oben. Irgendjemand ist gerade... Oh, Leute, die sind gerade echt nicht. Ja, die ist noch Feuer. Nein, ich lange nicht. Yo, da kann man Jump'n'Run machen, aber... Warum? Also ich meine... Ey, du machst das doch, wenn ich das sage. Ja, er ist zu Tode gebrannt. Nein, warte! Oh! Nein, Panda ist es! Panda ist es! Wo ist er? Was ist denn da oben los? Also... Flo und wer noch? Ich weiß nicht wo. Keine Ahnung. Lebt der Purik noch? Ok, Pörek lebt scheinbar nicht mehr. Ryopanda ist tot. Wovon ist denn der gestorben? Hä, Schrotflinte? Von wem? Hä? Hä? Sehr viel jemanden so. Flo ist durch irgendwen gestorben, aber... Hä? Wodurch ist ein Christ gestorben? Ach, der ist einfach... Ach, ne, warte mal. Hier ist Erich. Hä? Ach, Chris ist runtergefallen. Hä? Sicher, dass er tot ist? Ja, ja, Chris... Chris ist tot. Chris würde nicht Flo callen, sonst wäre das ja dumm irgendwie. Oh mein... Zähle ist es. Ja. Äh... Chris? Nein, Chris ist ja auch tot. Oh. Unlucky. Unlucky Bible Thump. Wo ist sie denn, die alte Foot? Oh! Ist alles rot! Nein! Boah! Na komm her, du... Mädchen. What? Nice Double Kill Peric. Oh no. Guys. Ja warte mal, Nice Double Kill Peric. Ihr Trottel, blockt euch da die letzten Hans Würstchen. Und ich bin dafür schuldig, oder? Der René... Der René war stuck in der Tür, da kam ich nicht mehr raus. Ja, ich habe jetzt 800 Kerner, weil der René so doof ist, dass er mich nicht bewegen kann, Alter. Ich war immer noch stuck in the door. Ja, wie? Stuck in the door? Ich konnte gar nicht stuck sein. Die Tür konnte ich nicht aufmachen, weil die Tür und sich blöder bei mir. Vor allem, ich sag noch, ne? Achtung! Ich lege jetzt Feuer. Erich... Erich geht runter, Erich geht unter! Hey! Hey! Hier es ja Feuer! Ja, wirklich, Alter. Ey, das ist wie Patrick, Alter. Nö. Nö. Ich call das jetzt alles laut und deutlich, Erich, damit du das auch mitkriegst, ja? Dankeschön. Erich, ich sammle jetzt gleich eine Waffe auf, okay? Das ist eine Schrotflinte. Bitte weg damit. Schrotflinte ist scheiße, ja. Ach, haltet's mal. Wirklich, ihr Nutten, ey. Wegen euch hab ich 800 Karma. Ne, 1000 ist Maximum. Wir haben dort ausgestellt, weil sonst kann man Karmas decken und dann einfach rumballern wie der letzte Affe. Oh, oh, aha. Na klar, da du dich darauf angesprochen fühlst, ey. Patrick. Patrick? Gehst du mich abschnecken? Nein, 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 nein. Ja, bleib doch hier. Ja, gut. Oh mein Gott, wo? Oh mein Gott, da hinten, nein, 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 nein. Ha. Oh, irgendjemand hat's zerfickt, Alter. Ich glaub, irgendjemanden hat's komplett zerfickt. Kriegst du auf jeden Fall schon mal nicht? Ich hab mich nur ins Haus retten können, Aua. Irgendjemand ist, glaub ich, tot. René? Nein. Zähler? Nein. Anthony? Äh. Anthony? Yo, hallo. Alter, Muteony, warum bist du muted? Das ist TTT. TTT, TTT, TTT. Der Antony ist es. Der Drecksack. Ja, weil du musst ja, glaub ich, gestorben sein, oder? Anthony, äh, Anthony ist gestorben, Safecall. Weil ich hab irgendjemanden schreien hören. Äh, also die Leiche hat, ja, hat irgendwo auch geklatscht. Der Leiche hat geschrien. Zähler ist, äh, Zähler ist tot. Tilly hat sich grad die Beine gebrochen. Nee, ich glaub nicht. PANDA! Ich hab ihn erwischt. Alter, der Chris. PANDA! Bist du hier, ey? Ist das dein Lieblingssong, oder? Panda? Pan. Ich hab übrigens Pandas Knife. Warte mal, Erich, hast du grad nen Knife? Nein. Erich? Echtmal. Ich wusste doch, der hatte nen Knife. Der hatte auf jeden Fall nen Knife. Panda! Ja, aber ich hab dich ja nicht weggemacht. Aber du hattest nen Knife, oder? Nein, hab ich nicht. Okay, dann hat Chris einfach gedacht, jo, f*** ich den mal rum. Schön auch. Danke. Bitte. Alter, mute dich nicht immer, Anthony! Ich war nicht gemutet. Kackwurst. Ja, jetzt warst du tot, ja. Alter, Chris, ich hab doch zugestochen. Ja, aber nicht wie mich. Weißt du, bei Chris, der kann man eigentlich gar nicht verfehlen, da ist da genug Fläche. Eigentlich überall. Oh, Mann. Bist du eigentlich überall, bist du als Stichs in so nen Fels rein, Chris tot. Ganz schön gemeint von dir. Warte mal, das hat Chris doch gerade gesagt. Hab ich gerade selber gesagt. Weißt du, roast yourself, Alter. René, weißt du? Würde dir auch gut tun. Ich mein, du bittest da genug andere Fläche. Aber eigentlich nicht. Naja, die ist sowieso immer roasted bei 20 Jahren. Da wird mir auch immer heiß. Das ist echt so. Oh, mein Gott, ey. Es ist mir ja echt übel zu Zwiebel. Alter, da fängt das kleine Kind an. Ey, komm. Warte mal, ihr seid doch beide kleine Kinder. Da tut's ihnen nicht viel. Ich bin aber ein volljähriges kleines Kind. Ohhhhhhhhhh. Schotts. Sehr schnell. Gib Gas, Anthony. Warum ist eigentlich immer... Irgendjemand ist immer nicht so reich hier, Alter. So was Anthony tot? Nein, 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 nein. Alles safe. Schön euch, gib Gas! Yo! Oh! Was ist Anthony? Warte mal, das war alles? Oder hat Chris selber die Möwe geworfen? Konnte deswegen nicht. Aua! Wen hat's denn zerfickt? Äh, ich glaub da ist Anthony runtergefallen. Geh mal weg. Wen hat's denn zerfickt? Hallo? Ja, ich geh weg. Hat jemand gesehen, wo der gestorben ist mit der Möwe? Wer ist das denn hier? Ach, Chris. Eric. Horb. Alter Junge, du hast so ne Paranoia von mir. Das ist doch unfassbar. Hallo? Hey, wer träumt nicht von dir? Chris, bist du tot? Nein, ich leb noch. In meinem Keller liegt ne Leiche. Bist du tot? Ja, chill. Ich bin Holzsat. Bin immer noch Holzsat. Ja, ich bin immer noch Holzsat. Ja, ich bin immer noch Holzsat. Ja, aber geh weg von mir. Gleich hast du mal von der Herz. Was? René ist Holz? Alles klar. Ja, aber René, bitte geh weg von mir. Nee, das schießt du auf mich. Aus Versehen. Nein, ich hab nicht auf mich. Oh, äh, Peric. Was ist mit mir? René ist es. Ah, René ist es. Ja, René, ich glaub René ist es. Er läuft mir echt ganz gut. Er geht da her und schießt mich dann ab. Nein, ey. Mal am geilsten, wie wir auf den Bäumen rumgehüpfen. Wie die übelsten Monkeys, Alter. Weißt du, René, ich glaub Anthony ist gerade runtergefallen. Ich hab halt Safecoach nicht versucht, oben zu sehen, ne? Und ich dachte, okay, der ist zurückgegangen. Nee, was zeigt hinter mir in den Bäumen, Mann? Ja, ich bin Sneaky, ich bin Ninja, Alter. Ja, du bist ein richtiger Affe. Schön von Baum zu Baum gehangelt, Alter. Nur um den Typ abzustechen, ey. Das tat's so gut, mein Messer in ein fettes Fleisch zu rammen, ey. Wirklich. Holy shit, ey. Was ist denn ein fettes Fleisch, ein Roast, Alter? Ihr seid auch behindert, ey. Weißt du, da sagt man, ey, Christ, du bist voll der Affe. WOOOOOOOH! Alter, wirklich, wir sind so behindert, ey. Das ist unfassbar. Ey, yo, Flo. Wenn ich Traitor werde, töte ich dich diese Runde nicht. Ja, mach ich auch nicht, weil ich ja nett bin, ne? Weiß. Ich kann das doch nicht machen. Jo, Christ, geh weg. Dann mag ich mich noch nicht mehr. Ich war nicht einer, Flo. Ich guck mich hier so. Wenn du den Discount hast, du Mixer. Ah, Christ, hab ich noch mal Discount. Nein, 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 nein. Fuck. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Shootingstar. Ich bin Proof. Also, Chris und, äh, Peric und Zebe sind tot. Okay. Dann ist es Anton oder Erich. Und ich bin Proof. Ja. Ja, doch. Nee, ich war nicht einmal Trader in die Runde. Ja, aber dann bist du... Ja, stimmt. Ja, ich bin's auch jetzt nicht so. Mach's mal Platz. Ähm. Flo, einer von den beiden. Der Rest ist tot. Ja, ist mir Latte, ich bin Proof. Du gehst einfach weg von mir, so. Ja. Ich höre einfach René, Mann. Hö. Okay, töte mich. Ich mach Anton weg, den Drecksack. Wo bist du, Spack? Ja, komm her. Erich! 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 Okay. Hat sich erledigt, René. Ja, ich hab doch gesagt, entweder Erich, der ist unten. Entweder Erich, oder... Unten ist ein sehr guter Call, danke. Ähm. Was war denn das? Keine Ahnung. Eine komische AK vielleicht. Was? Alter. Wo bist du? Boah. Einfach reingehalten, ey. Reb. Ja, ich würd sagen, Reb, alter. Ich kann das mal auf, also, wo es geschieht. Aber da, also. Oh, ja. Das ist einfach mal selber. Ich kann es. Ich kann das nicht auf. Vielen Dank.